Wie war das bei euch, wenn jemand in der Klasse ausgewählt wurde in Mannschaften? Wart ihr bei den Ersten oder eher bei den Letzten? Bei mir ist es ganz unterschiedlich gewesen, je nach Sportart. Als olympisches Motto wird oft gesagt, dabei sein ist alles. Und so heißt das Wochenwort für diese Woche ausgewählt. Dabeisein ist alles und ich bin nicht allein. Ehrlich gesagt, ich muss nicht überall dabei sein. Also bei Prügeleien war ich nie gerne dabei, das war nicht meins. Aber in Gemeinschaften, da möchte ich dabei sein und in Gottesgemeinschaft jedenfalls. Und so heißt es in Psalm 33, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Das galt ursprünglich den Israeliten, aber mit Jesus gilt es uns allen. Wir alle sind ausgewählt. Und heute ist mir nicht wichtig, ob jemand der Erste ist oder später gewählt wird. Dabeisein ist alles. Das bedeutet dann nämlich auch, dass wir nicht allein sind. Gott sei Dank.